Ich heiße Dirk Asendorf, führe einen Lohnbetrieb. Wir sind in Schwarme. Schwarme liegt ca. 30 Kilometer südöstlich von Bremen. Unseren Lohnbetrieb gibt es schon seit 1927. Ich bin jetzt dritte Generation. Wir arbeiten mit Schüttlerdreschern, machen wir deswegen, um eine gute Strohqualität zu erhalten. Aber ich bin schon seit langem auf der Suche nach einem Rotordrescher, gerade für die Maisernte, der in der Wartung einfach ist, leicht zu reinigen, weil die Zugänglichkeit von der Seite gegeben ist, nachher auch leicht zu säubern, wenn die Ernte vorbei ist. Und eben in der Getreideernte eine Maschine zu haben, die einen höheren Durchsatz hat, gerade unter schwierigen Bedingungen, wenn die Sonne weggeht, wenn es klamm wird, immer noch eine hohe Leistung zu haben. Das ist eben beim Schüttlerdrescher, egal welches Fabrikat, nicht gegeben. Da fährt man halt langsamer, weil der Schüttler der begrenzende Faktor ist und das ist beim Rotor eben nicht so. Also da muss man sagen, dass der Ideal ein Drescher ist, der eben halt als Rotor eine gute Strohqualität liefert und eine gute Kornqualität. Dieses Jahr war wirklich ein Jahr, wo man einen Drescher wirklich testen konnte. Druschbedingungen schwierig, Stroh zäh, schwer zu dreschen. Wir haben unter diesen schwierigen Bedingungen, haben wir uns gefreut, den Ideal einsetzen zu können, weil man wirklich sehen konnte, was so ein Drescher kann. Und unter diesen Bedingungen hat er wirklich ganz tolle Ergebnisse gebracht. Wir hatten eine gute Leistung, wir hatten tolle Qualität und was man bei dem Ideal sagen muss, als Rotordrescher eine super Strohqualität. Wo wir ein Augenmerk drauf gelegt haben, ist die Breite auf der Straße und das ist eben bei dem Ideal, dass man eine Maschine hat mit einer sehr guten Leistung, die auf der Straße mit einem 800er Rad oder mit dem normalen Raupenlaufwerk nicht breiter ist als 3,30 Meter. Das ist ein Grund, diese Maschine auch zu kaufen. Die Kabine ist geräumig, die ist übersichtlich. Also das macht Spaß, in dieser Kabine zu sitzen und aus dieser Kabine den Mähdrescher zu bedienen. Die Raupe haben wir hauptsächlich für den Maisdusch unter nassen Bedingungen. Das ist das eine und wir haben jetzt schon einige Raupen gefahren. Also uns gefällt diese Raupe sehr gut, weil die einen sehr großen Durchmesser hat, weit nach oben läuft. Wir glauben, dass diese Raupe noch ein bisschen mehr kann als die anderen, weil die einfach sehr groß dimensioniert ist. Bandschneidwerk ist für uns ein Muss. Unter schwierigen Bedingungen ganz toll. Der Schrägförderer mit der hydraulischen Schnittwinkelverstellung hatten wir noch nie. In diesem Jahr ist es uns aufgefallen, wenn man Lagergetreide hat, einen Vorteil, weil man den Schnittwinkel eben anpassen kann. Man nimmt das Getreide besser auf. Und im Mais, wenn man merkt, die Kolben fliegen und man verstellt den Schnittwinkel, auf einmal bleiben die Kolben im Pflücker. Also eine ganz tolle Sache. Ich finde, der Drescher ist sehr aufgeräumt, sehr toll aufgebaut. Man kommt überall gut ran. Was uns ausgesprochen gut gefällt, ist der Umkehrlüfter des Kühlers. Wir haben den Drescher in der Getreideernte, den Kühler nicht einmal ausgepustet und die Maisernte jetzt nach 300 Hektar ist noch nichts passiert. Eine ganz tolle Geschichte, weil je weniger Wartung, umso besser. Das Alte war in Ordnung, aber das Neue ist noch ein ganzer Schritt nach vorne. Also der Ideal ist ein Drescher, der wirklich konstruktiv gelungen ist. Und nach unserer Erfahrung, die wir jetzt sammeln durften, mit seinen Mitbewerbern absolut Schritt halten kann.